Und dann kann er hier Sieghardt noch mal Gras geben. Und dann machen wir mal nächste Runde. Nein, jetzt verdrücken sie sich wieder. Sondern lassen wir den Vogel noch einmal machen. Ja, das ist okay. Glaube ich zumindest. Ja, stellt euch schön nebeneinander. Oh, willkommen übrigens in der nächsten Folge. Boah, wir haben Gallios umgelegt. Jeden hätten die schaffen können, aber doch nicht Gallios. Mann, 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 ey. Und Sieghardt muss natürlich wieder seine wertvollen AP dafür ausgeben. Weil wir jetzt agieren müssen. Der hier ist jetzt unser Ziel. Nehmen wir einen Holdings Down, da wischen wir nämlich den Vogel auch noch mit. Wie viele Hitpoints hat der Vogel? 2.500, nicht dass ich den aus Versehen umlege. So, und dann machen wir eine Double Needle, wa? Das sollte doch passen. Ach du Scheiße. Ich hab den Vogel, glaub ich, umgelegt. Nein, euch dumm, Batz. Oh, nee, 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 nee. Ich hab den viel stärker in Erinnerung. Aber es wechselt auch von diesen unterschiedlichen Agaris Teilen. Ja, toll. Ich wollte doch seinen Loot haben. Das ist Pech. Ich werde ihn nicht sagen. Geh mir. Ich werde den Haare. Ich werde den At least erwischt. Es wird den Aufbauern. Der Daher hat den Haare Its Feind in Erinnerung. Ich werde den Aufbauern. Ich werde den Aufbauern und der, der uns in Erinnerung kommt. Und der, der hier träumt wird verletzt, wird der Motor aufbewusst. warum machen wir das also genau haben wir hier noch einen impuls und da noch ein trick und double edge und von mir so ein stil tja rang a wenigstens aber loot wäre bestimmt besser gewesen so agility wollte ich ein bisschen erhöhen naja da ist jetzt auch schon ein bisschen sehr teuer dann lieber noch ein bisschen vitality vielleicht kommt ja noch ein vogel aber ich fürchte die sind selten da ist noch einer dann drücken wir mal bitte die daumen das besser klappt diesmal so alles so alles so 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 ja so 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 mal schauen was die nächste runde bringt viel zu wenig sp und wenn wir diese runde auch nur so ein hundchen umlegen so 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 Na komm, ihr seid beide kräftige Männer, das solltet ihr da hinbekommen, ne? Stehen die alle so doof da, wenn nur er angreift, sind die anderen jetzt noch zusammen, dann machen wir das so rum, ein Nightmare Stone, klingt mächtig, ist aber nur ein normales Item, also was wir für Waffenfertigung und sowas brauchen. So, dann machen wir den zweiten Wauzi ja auch noch, oder warten mit dem noch ein bisschen Eine Gescheidung... Zweimal. Dreimal. Vier. So, das passt. Und nächste und letzte Runde. Vielleicht schaffen wir es gerade noch in dieser Folge. Ich beeile mich. Ich fülle mich. Ich bin ein, was ich da? 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 Ja, Eugene, das war wohl nix mit dir. Ah, sieht ganz gut aus. So, Vögelchen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Nochmal was klauen. Ja, dann, mal los. Aha, da gab es nur so ein blödes Platinum-Ohr. Ich dachte, da gäbe es irgendwas Tolles. Aber immerhin haben wir ein Requiem-Bracelet von dem geklaut. Ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und was sich hier verbirgt, das gibt es dann in der... ...nächsten Folge zu sehen? Ja, in der nächsten Folge. Also, bis gleich. Tschüss!